Oh nein, ich stehe schon wieder. Damals wurde er gehänselt. Doch heute ist er stark. Er ist stark, er ist mächtig und er kann den hier. Er kann sogar mehrere Gegner auf einmal fertig machen. Und sogar Spider-Man. Hedgehog! Damals in einer Zeit des Jamba-Sparabos ritt er durch die Gegend zu einer Kneipe. Er ließ das Pferd draußen stehen und er sah die alte Gang. Einer bückte sich nach seinem Schlüssel. Das ging wohl länger. Er musste sie ausschalten mit seiner Kung-Fu-Technik. Er sprang hoch, machte den lässigen Tritt bei beiden. Er nahm den anderen, gab ihm einen geilen Headshot, ging wieder zurück, gab dem Typ einen Arschtritt und flog rückwärts auf ihn. Er repellt sich auf ihn vor. Vielen Dank.